Hast du... Ach ja... Hast du nicht gesehen? Ich hab... Ja, hier in die andere Richtung gelenkt. Ja, ich hab das ges... Also, ne... Ich konnte es mir irgendwie ausmalen, weil ich gerade weggeguckt hab. Also... Ich hab den Controller aus der Hand gelegt. Der Wahrscheinlichkeit halber immer alle Glöcke. Ich denk mal, jetzt hast du jetzt... hab ich ja ein bisschen Zeit. Ich könnte natürlich auch in ein altes Level und Start und Select drücken. Ist es das mit dem Maulwürfen? Ne, doch nicht. Super. Ich hab mir Yoshi genau für dieses Level geholt. Ich komm hier eh schon wieder neu. Ich komm hier eh schon wieder neu. Ich hab ja Massenware Made in China. Ich steh auf den Füßen von Yoshi. Den hast du noch? Ach, den hab ich noch. Cool. Komm. Komm. Komm du. Okay. Das Spiel liebt mich. Also... Fickt euch Leute! Das Level, das könnt ihr woanders sehen. Nicht bei mir. Nein! Ich kann den Des... Nein! Hälfte. Zwischenspeicher brauchst du noch nicht. Ich hoffe, dass ich den nicht... ...mehr... Doch, den hast du jetzt durch. Egal, 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 scheiß auf Sternenpunkte. Oh man. Das nächste Level, das werden die auch so schön durchfliegen. Was erwartet mich denn hier? Ah! Wegen dem... Wegen dem Level habe ich das Spiel das zweite Mal in Deck geworfen. Ähm. Jetzt kannst du nicht mehr. Jetzt musst du auf so'n Cooper hoffen. Ah! Ekelhafter Ton! Ah! Ah! Okay. Du bist wieder... Schande. Die Leute bekommen einfach nicht genug von mir. Mhm. Delfine. Du gehst fast unter. Ich versinke im Boden oder im Wasser. Geil. Punkte für mich. Ich bin nicht abogeil, ich bin nicht klickgeil, ich bin nicht favogeil, ich bin Punktegeil. Ah, das würde mich auch so nerven als großer Let's Player. Die ganze Zeit diese Vorwürfe. Mhm. Verdammt. Es gibt ja wirklich welche, die sehr abogeil sind und so. Zum Beispiel? Ja, nicht du. Ich schon doch. Ja, aber das würde ich nie sagen. Ja, eben. Du weißt, ich sag dir die ganze Zeit, ich hab zu wenig Abonnenten, sind alles Arschlöcher. Wie jetzt? Ich wette, was... Du hast gerade gesagt, du hast zu viele Abonnenten, das sind alles Arschlöcher? Ja? Zu wenig. Sarkastmus FTV. Hm. Hoffen wir mal, dass es ein Abonnenten ausgestimmt steht. Mann! Hm. So viele Abonnenten sind alles Arschlöcher. Mann, das war sarkastisch gemeint. Ja, wie gesagt. Ja, wenn meine auf einmal 282 Diabos. Okay, ich glaube, die haben es falsch verstanden. Achso, wieso muss ich ja... Ja, warum leben? Weißt du überhaupt, wie selten das der Fall ist? Ja. Ne, schon weg. Scheiß. Scheiß. Ah. Ist das Level ich? Scheiß, ey. Kriegst du hier nicht... Kämpfst du hier nicht gegen diese Renault zu Hause? Ja. Ich beim letzten Mal so souverän erledigt habe. Oh. Unterwasser Level. Unterwasser Castle. Oh, da... Wie Jakob Schmerzen, da wette ich. Da braucht nachher ein paar Kasperin. Oh, meine Nachbarn klampern gerade mit Biergästen drum. Kommen habe ich gerade gehört und da habe ich gerade das andere Kommen gemeint. Ne, das tun die erst nach acht. Ach, hast du das auch? Da direkt nicht, aber unten... Die haben da so eine... Äh... So ein Bett. Was ist das typische... Ähm... Ja... Geräusch mal. Psch... Ja, vielleicht machen die auch nur eine Kissenschlacht, wer weiß. Also... Mhm. Haust du auch noch gegen die Stacheln, ey. Ja, hallo, das ist egal. Woher nimmt der Cooper die Knochen? Irgendwann hat er doch keinen mehr. Ja, hallo, der... Ja, aus den... Reißt sich immer ein Bein aus. Ja. Rippen. Oder Rippen. Trinkt so viel... Trinkt so viel Milch, dass die so schnell weiter wachsen. Milch ist gesund, Kinder. Fruchtzwerge. Nehmt lieber Fruchtzwerge. Wachst sind Knochen. Oh, gut. Da wächst man. Oder esst Knochen. Ja, ja, was... Esst Knochen, liebe Kinder. Habt ihr einen Hund, klaut ihm die Knochen und esst sie selber. Naja, ich glaub das ist nicht ganz... Vor allem wenn du sagst, klaut dem Hund den Knochen, ja. Habt ihn der verstorbene Omi, geht auf den Friedhof und nehmt die Knochen. Nur Esknochen. Was mach ich denn? Weißt du schon wie krank? Über Markstedt in der... Oder einen Tag nachdem du's hochgeladen hast. Wo wohnst du? Nee, von Hamburg. In der Nähe von Hamburg, genau. Im... Im Umkreis von Hamburg von 100 Kilometern haben alle Kinder ihre Omis ausgebotet und die Knochen gegessen. Wer ist denn nur schuld? Bisschen makarber. Hahahaha. 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 Wenn's nur einer macht, den find ich cool. Hahahaha. Dem bin ich richtig cool. Was mach ich denn? Danke, dass man mich aufgehalten hat, sonst werde ich dem... Spin-Shop wirklich meine Probleme gehabt. Hahahaha. Also ich wär lieber groß geblieben mit Spin-Shop. Weil jetzt sowieso gleich stirbst. Sterbe nicht. okay du stirbst nicht ich glaube auch nicht dass du stirbst wir können auch wissen dagegen ah ne hier kommt er neben dem nicht mehr das nicht durch die lücke ich finde das ist immer total scheiß wenn ich mich erzählen muss und ich muss mich selbst schon davor tot lachen ja dass es zerstört nichts bei mir warst du zwar unten in der lava und bist dann irgendwie wieder hoch aber egal ich glaube du bist in den feuertypen gesprungen ich weiß nicht in wen ja in den feuertypen wie auch immer der heißt ich finde das toll dass die das schloss geflutet haben ich meine sieht man nicht alle tage so viel schimmel an die wände geht aber unten lang was bringt das abkürzung ja fisch auch sorry schon wieder gegen das mikro geschlagen das tue ich ja so gerne in der nase popeln oder kratzen wie man es definieren will in der nase kratzen hört sich denn auch in schöner schön umschrieben mach ich immer umschreibe ich immer so ich mache mir selbst soundeffekte seit neuestem das habe ich wegen naruto also geht nur noch die schuld ist nicht gefällt wenn es gefällt dankt naruto preise naruto er wird eh schon zu hoch gelobt finde ich zu viel der anime mh 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 das war jetzt der delay da gebe ich jetzt den delay die schuld da ich lange nach rüber gedrückt habe also das war jetzt wirklich der delay ach komm schon ja hallo hätte mein leben rauskommen sollen wow wie gut hier sind wir sind noch nicht dort wo wir waren nee mhm langsam wird es eng mit der zeit oder knapp was machst du mit deinem feuerzeug ich mache es immer an aus ich bin zappelig ja hallo nix rauchen hier während dem lp ich schnupf hier auch nicht während dem lp du weißt dass du es gerade ausgesprochen hast da wird die bestraben was ausgesprochen habe dass du schnupfst ja solange es meine mutter nicht weiß passt alles die steht hinter dir ah sie wirkt mich hilf mir hilf mir über internet helf ich dir klar ruf die polizei aber deine polizei wenn es geht dann meine polizei ja mit mir ganz alleine ich die polizei anrufe habe ich auch eine eigene nummer ich wähle die 111 ach man mein kollege in österreich wird gerade von seiner mutter vergewaltigt oder so ja genau wo genau österreich wo denn österreich findet ihr schon das sieht man schon ist ein haus wo man von außen hinten mit rein schauen kann von von der straße mhm ok dann kann es nur der sau sein von dem und dem ok ist ein doppelhaus jetzt kann man es noch mehr eingrenzen ist das einzige doppelhaus in österreich ist nicht so klein österreich ist größer wie man denkt immer zweimal größer wie du denkst das ist nicht so wo auch wer gewaltete einer alle müssen klare büße klare büße klare büße klare büße blau ist sehen ja hallo hier bin ich auch hier sind wir raus gekommen also mhm you got a penis 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 mhm das war so klar es war so klar es war so klar wow bei mir warst du getroffen von dem einen hier ja oh verdammt das geht nicht oder ich werde es jetzt nicht ausprobieren ja gleich hinterher i did it again er schämt sich ich bin so gut da bin ich nur ich will kein Film so mir genügt das wenn sie in Welt als ich so ich schaff das Level jetzt ich kenne einen der hat beim Video nur einen Aufruf und das ist der selber da würde ich mir auch Gedanken machen man denkt davon ab wie viele Abonnenten er hat 40 oder so warum spring ich denn weil du dumm bist ach ey ich das Level nicht mein Little Barker ich glaube ich gleich zu deinem Level hin nein ich muss immer an einem bleiben ich muss immer an einem bleiben hast du ja auch immer gemacht hm ja also jetzt wollen wir das Geisterhaus gewechselt ja das mit dem Geisterhaus das war beim Voraus stirb ich finde das alles viel zu lustig du schaffst das du bist großartig du schaffst das los los level ist gleich hinter dir los schaffst du wow das war knapp stehst bei mir manchmal einfach nur in der Luft ich hasse deinen Sarkasmus weißt du das ja haha das hast du toll gemacht ja nein nein du holst die Power ab mehr nicht Power ja das ist auch schon lame genug haha wenn du nochmal Game Over gehst dann finde ich es nochmal 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 wollte auch schon gerade sein weil auf Screen bist du ja Game Over gegangen hm fünfmal mindestens weiß noch keiner das ist nun eigentlich besser in nem Schloss werde ich die Feuerblumen bevorzugt ja ich auch deswegen nimmst du sie ja ich finde Yoshi sieht von der Seite hier so aus ob er irgendwie Angst aber so was ist da los er guckt immer so erschrocken wenn man von der Seite sieht jetzt auch und jetzt also Mario um zu schwer ja der schielende Mario und der äh von Angst ge gestrafte Yoshi und der ohne skill hafte Flow ich wette was das Teil wird denn ok ich werde denn nicht zum Verhängnis wow 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 ja treff mich doch Papa ha 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 you're a little noobie ja toll also mit was nimmst du dein Ton auf eigentlich Outer City oder Preps ich hoffe nicht mit Preps weil dann wird es ist schon übelst asynchron Ney Kamta Camtasia Camtasia ach du nimmst mir Camtasia auch ja ich bin da nicht synchron ne 4 war auch gut ja ich habe ja schon ja ich habe ja schon mit ich bin bin ich wieder Ohau fies gewesen Es ist nur ganz selten, dass was anderes kommt Aber dann auch random, was kommt Weißt du schon, wie cool, wenn da auch Endgegner rauskommen könnten? Schwimm, schwimm, schwimm! Ja klar, so ein Endgegner BAUSER! Einfach so oder so Und dann gleich drei hintereinander Was mach ich denn? SPRING! Ich bin zu aufgeregt Ja Ich bin schon wieder ein Fliegel Wir sind dann immer noch nicht SPRING! 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 Oh! Wollte ich nicht getroffen, verdammt! Wow Also jetzt wird's langsam Glück Jetzt wird's Glück SPRING! SPRING! Da kannst du noch rein! Was noch? Du brauchst schon Beine Ja Ja, genau so Da kommt doch gleich wieder dieser Äh Guck Guck mal weiter Ich bin den Delay schon nicht mehr gewöhnt, da ich zu selten dran bin Und wenn dann nur ganz kurz Ja Hallo jetzt lobe ich dich gerade, dass du so gut bist und nicht nur so schlecht Ja, ich hab's auch erst gerade gemerkt Was siehst du? Was siehst du? Ich bin nur kurz dran Ja, ich hab viel mehr Übungen mit dem Delay Ja Ach, ich brauch so Hm Näh, ich glaub so hießen Näh, das schaffst du auch so Ich meine mein Haarschloss überhaupt, das kommt ja erst noch Da hat was Bumm gemacht Da hat was Bumm gemacht Mhm Faust und Tisch und so Ja, das bin ich von mir schon gewöhnt, aber nicht von dir Ach, dich möcht ich mal so richtig, äh Rampage Mode sehen Joa, ich weiß nicht, ob ich das in Let's Placen kriege Das geh ich nur bei der Arbeit hin Das geh ich nur bei der Arbeit hin Und das ich Praktikum im Kindergarten mache Genau Nein Aber die Kinder verhauen Ja Ich schlage nur die Kinder im Kindergarten Aber sonst Aber sonst Ich hab nur noch ein Leben Ach du Ach ja, komm, stimmt, sterb, sterb Du brauchst nur noch 53 Münzen, komm, da schaste Komm, sammeln noch schnell 53 Münzen Mhm, oder das Wie nutzt den? Der bringt dich ziemlich weit Mhm 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 Genau so Kein Kommentar Scheiße Uah Uah, oh Gott Ach Gott, ey Bei mir warst du in der Flamme drin Ich mag Flammen Ja Ich mag Zügel Flampiert das Ich mag Singeln Ich mag Tanzen Ich mag Zügel So, da rein und Also ich mag Brüste Bei mir warst du schon tot Geil Geil Brüste oder Geiltod? Geiltod Geiltod Männertitten Männer titten Oder Frauen titten Ach, Mann Das Niveau Das Niveau, das Niveau, das steigt Das steigt stetig Hm Aua Aua Aspirin für Mario, geht schon Mario hat das so'n Kater Da Jetzt kannst du springen Jetzt schon Jetzt Jetzt aber Ach komm, tötet ihn Ihr schafft es noch Wenn du dich aufregst, dass ich nicht getötet werde Ja, ich will nämlich, dass du game over gehst Mit Biegen und Brechen willst du einfach nicht game over gehen Ich will noch nicht zu viel sagen Du willst echt nicht game over gehen Das ist ja angenehm Wie krieg ich denn hier Oh nein Let me Ja, wie einfach Nein, den krieg ich doch nicht Wow Ähm Hallo Milchzahne blicken Game over Wie schön Davon mach ich mir den Screenshot Mach das Äh Ja Ja Warte Ja, ich bin Mario Nein, ich bin du schon, sogar Hahaha Äh Hallo, ich will Du Arsch Emi war nie so gemein zu Haze Ne, Emi ist auch nie game over gegangen Äh, Haze ist nur game over gegangen und hat ihn 20 Leben geklaut Ja, eben, Emi war nie so böse zu Haze Haze hat ihm gleich, äh, Haze hat Emi gleich 20 Leben geklaut, das erste Mal Nun, Sophie hast du ja nicht Nein, Emi konnte Haze geben Ja Aber ich hab mir ja gerade welche von dir geklaut Ja eben, du hast geklaut, er hat gegeben Ja, ich hab's, ne Ja, aber Haze hat gesagt Ne, mal ein paar, aber 20 hat, glaub ich, Emi auch nicht gedacht Dass er, dass er 20 Leben Ich wollte einfach den Screen auch nochmal sehen Ach ja Jetzt haben wir beide nur noch ein Leben, toll Ah ne Äh Dann drück mal ab Okay, ich geh nochmal zurück Jetzt fangen wir an mit dem Leben farmen, okay? Es wär eigentlich auch mal wirklich Zeit, diesen Partner zu beenden Ich glaub, ich sag nicht, wie lange wir hier schon aufnehmen Oder meinst du nicht? Oder sollen wir erst ganz game over gehen? Ja, ja Ja, das könnte man noch machen, dann könnten wir auf Screen um wenig farmen Dann gehen wir erst ganz game over Dann gehen wir erst ganz game over Wir sind richtige Männer So Ähm Ah Am besten Ort Hm Ja, komm Ach, Mann Filze brauchen wir nicht Nein Nicht in diesem Together Schon wieder an der gleichen Stelle verloren wie das letzte Mal Jetzt sammelst du zuerst die paar Münzen dort ein Mhm Mhm Genau die Genau die, meinte ich Ich mag P-Switchsss P-Switches Der Okay Bist du ruhig? Nein Jetzt beenden wir, ich will hier nicht ganz game over gehen Ja Wie beenden wir den Part? Ja, wie beenden wir den Part? Okay Was machst du da? Das haben wir alles geschafft Das haben wir alles geschafft Das kommt noch Oha Na gut Na gut Dann bis zum nächsten Bis zur nächsten Aufnahmesession zu Super Mario World 100% mit Zelda Soccer So kann man es auch nennen Ja Tschüss Tschüss